Let's go! Gar kein trinken hier, oh oh. Ich auch nicht mehr. Wollen wir uns beide noch schnell Tritop machen vorher? Du schaffst aber nicht vorher. Dann können wir da drauf drücken und dann mache ich das in einer Minute. Damit ich mein Trinken habe. Eine Minute. Ja, das schaffe ich in einer Minute. Ist ja niemand da. Du schaffst das nicht mal in fünf, sage ich. Das war keine fünf Minuten. Ausnahme. Wieder fliegt. Rechts geht bei mir einer rein. Okay, auf der anderen Seite ist alles gut. Das ist der Champion. Dann kannst du den besichtigen. Heilt die mal zur Hilfe. Wie cool, der schießt. Der schießt besser als alle. Ja, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn ganz gut getan. Der ist geliebt. Ich wollte ihn finishen. Okay, wo gehen wir hin? Einfach rumlaufen. Ich meine, wir haben doch in nur zwei Möglichkeiten. Willst du gehen hier hin oder auch andere draußen? Looten dann da? Ja. Hier spawnen man ja. Kann sich ja gar nicht aussehen, wo man startet. Die könnte ich nehmen. Dann, wenn du dich nicht willst. Aber nein. Ich will mich nicht darum kümmern. Zu viel Aufwand. Das ist so. Fast so, als wenn man Nudeln kochen muss. Schlimmer. Was? Nein. Das habe ich nur so gesagt. Haha. Da habe ich noch nicht realisiert, was du ausgesagt hast. Oh, hier sind Gegner. Okay, einer da. Alle weg, ne? Mhm. He. Hast du die Devotion noch? Nein. Ah, hier sind noch welche? Loil. Da oben liegt nämlich noch eine Devotion. Ich habe halt wegen meiner Friedensstifte. Das ist halt meine Traum-Pompi. Das habe ich auch. Ich habe halt noch immer keine Rüstung. So dämlich, wie das klingt. Habe einen gekillert. Ich komme. Sobald ich was habe, komme ich zu dir. Sind alle weg? Ich weiß nicht, wo der ist. Oh, ich werde abgeknallt. Ich weiß nicht, von wo. Ich komme zu dir. Der würde mich safe killen. Ich habe einen da an. Der war direkt da an. Was? Oh mein Gott. Ich habe keinen Heal. Mario, kannst du mir schnell was dropen? Oh mein Gott. Ich habe doch Spritzen. Nein, dann mach schnell. Ich habe einen. Ich brauche nämlich auch. Ich habe gerade mit Chill Sam einen 4-Ausdruck aufgefüllt. Das habe ich eben auch gemacht. Das ging so schnell, weil ich den legendären Rucksack habe. Den hatte einer dabei. Loil. So. Was geht ab hier? Was machen Sachen? Ich brauche zwei Visiere, fällt mir dann auf. Für die Shotgun willst du eins haben? Ja. So. Mit Präzisierenschutz brauche ich das, weil damit ziehe dich dann. Er riecht die auch normal. Er riecht die Iron Side. Aber da ist ja nicht genau... Dann nimm das hier. Super. Das ist richtig episch. Die Frage ist, pack ich das jetzt auf die Wingman oder auf die? Ich glaube Wingman ist mir wichtiger. Die legt auch noch eins. 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 Ich glaube ich für Sachen. Dann nimm das, die sind nicht mit. Hat der das jetzt? Ich hab das. Ich hab das. Habe ich viele Schritte gefühlen. Da ist doch sicher auch was. Von hinten kommt einer mit der Shotgun. Einer rinnt weg. Die hinter uns haben jetzt einen legendären Lauf und einen Turbocharger und der eine hat mit der Devotion auf mich geschossen Mario. Ich treffe dir nicht. Hä? Der, 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 der hackt. What the fuck? Das ist der erste Hacker den ich sehe. Den kann man nicht treffen. Meine Fresse. Schnell weg hier. Nicht hierher. Nicht, nicht. Rennen weg. Der hackt. Ich will das auch sehen. Ich will das auch sehen. War das ein Birage? Der Hacker? Ja. Ja, das war der Hacker. Aber, ja, da hat das ein ausgeschottet. Also wirklich. Ich bin mir hunderbar. Wirklich. Ich hab's ja aufgenommen. Kann ich dir ja gerne zeigen. Ich hab mit der Friedenstifter fünfmal auf den geschossen und war auf den drauf. Direkt so von hier. Und der hat nicht einen Hitmarker gesehen. Drecks Hacker, ey. Da hast du daneben geschossen. Nein. Hab ich nicht. Ich zeig dir das jetzt gleich in der Aufnahme. Wtf. Da, hier ist ein Gegner. Down, ne? Ja. Brauchst du Phoenix Kiss? Wie schaffst du? Fünf. Ja, dann würde ich wohl welche nehmen. Komm, weißt du, irgendwie das ist so dämlich. Aber ich geh jetzt hier so dran. Ich weiß, wir werden gewinnen. Haha. Da steh ich auch gar nicht mehr zur Frage, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Wenn das wirklich der Champion war, den wir getötet haben. Beim Mirage war auch ein Kill Leader der... Vielleicht war das der... Der Hacker? Kann ja sein. Wollen wir, ob das direkt gelootet wird. Dann wissen wir, wo ein Swat ist. Ne, wird nicht direkt gelootet. Aber da oben ist einer. Hier ist grad das Mega-Battle. Was hier los ist. Hier kommt einer rein. Hier ist was ausgegangen. Hier ist was ausgegangen. Der ist oben auf dem Haus gewesen. Lauf weg. Na, das hat mich. Ich nehme Batterie. Ich smoke die okay? Ja. Ich geh rein. Also in meinem Modus. Nice. Ein anderes Squad noch. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht wie das... Wollen wir einfach in die Zone? Ja, ne? Das ist irgendwie das total strange letzte Gebiet. Ist doch hier. Oh, fah. Ich war hier noch nie. Hier sind wir in der Zone. Das Haus ist auch in der Zone, wo es vielleicht sind Leute drin. Nö. Na, ich hab's geschafft. Nice. Hast du irgendein Plan, wo die sind? Hast du irgendein Plan, wo die sind? Nein, aber das wird vermutlich nur einer sein. Sonst hätten wir die schon gesehen, glaub ich. Vermutlich an dem Haus, da wo unser Mate ist, oder nicht? Können auch noch hinter dem Berg sein überall. Aber ehrlich gesagt, ist das ja scheißegal, weil... Die müssen jetzt hierher kommen. Oder der. Genau, wenn wir von oben kommen, das wir richtig abbelassen. Ich bin ja hier aufm Dach. Das ist so ein stranges Finale, Mann. Ich weiß nicht, was jeder zu sagen soll. Dad is... So, wo ist der letzte Hurensohn? Gleich werden wir den aber ja safe sehen. Ja. Ich guck hier in die Richtung. Aha. Hat der grad alleine geschossen? Mhm. F***. Ha! Yo. What the f***? What the f***? Hä? Der hat sich... Der hat sich grad selber umgebracht, oder? Ich glaub, der hat einfach nicht gekämpft. Der hat einfach Angst gehabt. Das musst du auch erstmal schaffen. Ein Spiel gewinnen, ohne den Kill zu machen. Ha! Oh mein Gott. Du ET11. Alter, was ne Runde. Kann man mal machen.